Musik Das hat mir am meisten weh getan, wirklich. Diesen Schrank leer zu räumen, das kann man gar nicht beschreiben, wirklich. Hello, hello, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute die Begrüßung aus dem Auto. Ich stehe gerade vor dem Mediamarkt. Wir wollten nämlich gerne eine Tony-Box für den Lieben kaufen. Ich habe mich mit dem Thema jetzt ein bisschen beschäftigt, habe ein bisschen gegoogelt und recherchiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie da im Sortiment haben. Der Max ist auch dabei, denn wir waren noch nach einem Sonnenschutz. Ja, Sonnenterrasse, wie auch immer man das nennt, schauen zusammen mit dem Max. Aber es ist dann doch etwas komplizierter als gedacht. Zwecks Baugenehmigung und so weiter. Also, ich hatte dazu auch unsere Architektin schon kontaktiert, mit ihr auch lange telefoniert. Und da schauen wir einfach mal, was da jetzt rauskommt. Dazu nehme ich euch auch sehr gerne mit. Ansonsten, ja, wollte ich euch noch kurz erzählen, wie es in Italien war, beziehungsweise wollte ich da auch noch ein bisschen was zeigen. Ich habe nicht viel in Italien gefilmt. Logischerweise, es war alles super traurig und sehr anstrengend. Und deshalb habe ich jetzt auch eine ganze Weile gar nicht mehr gevloggt, weil, ja, natürlich zu Hause auch die Arbeit sich angehäuft hat, weil ich ja nicht zu Hause war. Ich war mit dem Liam in Italien bei meiner Mama und, ja, dazu heute mehr in diesem Video. Aber jetzt wird es gerade ein bisschen zu heiß. Deshalb steige ich jetzt aus. Wir gehen zusammen in den Mediamarkt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Ja? Gefällt dir das? Hm? Schaust dich um? Komm, wir wollen doch eine Tony-Box kaufen. Na, komm! Ja! Jarell, wo ist der Max? Liam, sind keine mehr da für dich. Tanzt schon der Liam. Jawohl, balla con la musica. Sind keine mehr da, Schatz. Also, hier sind leider keine. Der Max, der fragt jetzt einfach mal nach. Das ist auch echt total abgegrabbelt hier alles. Schade. Fragst du mal nach, Max? Da ist ein Junge, ne? So, ich habe jetzt diese Teile hier mitgenommen für den Moritz. Der hat nämlich Geburtstag die Woche und Tony-Box gab es leider keine. Das sage ich euch aber zu Hause noch was dazu. Also, wir haben das jetzt hier bei uns im Ort in der Buchhandlung gekauft. Wir haben angerufen und gefragt, ob sie das Ganze noch vorrätig haben. Und ja, juhu, wir haben die letzte ergattert. Die gab es auch noch in Rot. Und ich habe dafür jetzt bezahlt, 79,95 Euro. Im Internet ist er natürlich auch günstiger für 74,95 Euro. Habe ich sie bei Idealo gesehen. Aber ganz ehrlich, ist es ja auch schön, dass wir hier die Geschäfte unterstützen können. Ich habe jetzt noch den Tony hier mitgenommen. Den hier, ich hoffe, der ist okay. Ich habe da echt nicht durchgeblickt, ne? Da gibt es ja so viele verschiedene, ne? Und jetzt packen wir das Ganze aus. Ich bin echt gespannt, wie der Liam darauf reagiert. Man muss das ja irgendwie ans WLAN anschließen. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus, aber ich habe hier ja genug Männer, die mir jetzt gleich helfen werden. Lo apriamo, Liam. Apriamo. Hm? Machen wir es auf? Warte. Können wir das aufmachen? Was für dich, mein Schatz? Da ist noch so ein Kreativ-Tony mit dabei. Den kann man wohl selbst bespielen. Da habe ich so Kopfschmerzen bekommen, als ich es gehört habe. Weil irgendwie so Technik und so. Aber es soll ganz einfach sein. Ich muss mich da einfach mal reinlesen, ne? So ist es halt, wenn man was Neues kauft und sich noch nicht damit auskennt, dann braucht es einen Moment. Genau. Warte, ich mache es dir auf. Ich mache es dir auf, mein Schatz. Ich mache es dir auf. Neuer Tag, neues Glück. Ich muss mich jetzt total beeilen. Ich muss nämlich jetzt die Woche jetzt ein Geschenk einpacken. Ich stelle euch einfach mal hier ab. Hält das? Nein. Okay. Hier. Geschenk. Ich muss mich total beeilen. Wie immer alles auf dem letzten Drücker. Wir gehen jetzt essen. Ich komme gerade vom Büro. Schnell umgezogen. Und der Moores hat sich das gewünscht, in diesem Lokalessen zu gehen. Das mag er total gerne. Da haben wir auch die Teife. Also nicht die Taufe, sondern die Teife vom Liam gefeiert. Ja. Da fahren wir jetzt alle zusammen hin. Und dann wird ein bisschen gefeiert. So. Und damit es das wird, schalte ich euch mal kurz ab und hole euch dann später nochmal dazu. Hier sagen wir es so. Es ist nicht schön eingepackt. Es ist selten eingepackt. So was gibt es selten. Es ist trotzdem mit Liebe verpackt. Kuchen habe ich übrigens heute Mittag auch gebacken. Aber wir haben es nicht geschafft, den zu essen. Der ist im Kühlschrank. Den essen wir dann, wenn wir vom Restaurant zurückkommen. Oder halt morgen. Ich wollte euch heute Mittag auch schön lecker Lasagne servieren. Habe ich auch alles vorbereitet. Aber es hat dann auch nicht geklappt. Die essen wir dann auch morgen. Also ich habe nur die Tomatensoße aufgesetzt. So lange, rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt los. Und ja. Ich habe Hunger. Vielleicht. Und zur späten Stunde essen wir jetzt noch Kuchen. Es ist echt ultra spät. Ich glaube halb elf. Ja, aber heute Mittag haben wir den ja nicht angeschnitten. Und deshalb gönnen wir uns den jetzt. So meine Lieben, da bin ich wieder. Wir haben es 36 Grad. Wir waren gefühlt vier Stunden auf dem Sportplatz. Und deshalb sehe ich auch so fertig aus. Ich hatte euch aber versprochen, dass ich mich nochmal melde und ein bisschen was über Italien erzähle. Viel kann ich euch nicht erzählen. Einfach nur, dass es sehr, sehr traurig war. Also es war eine Erfahrung, die ich keinem wünsche. Wir haben tatsächlich alles ausräumen müssen, denn meine Mama ist umgezogen. Sie hat beide Häuser verkauft, weil es nicht mehr die Möglichkeit gab, sie da alleine wohnen zu lassen. Ich habe euch schon mal erzählt, dass das Haus bzw. die Häuser ziemlich abseits im Dorf gelegen sind. Also ich kann es jetzt schlecht erklären. Auf jeden Fall hatte sie keine Nachbarn außenrum. Und es ist in Italien tatsächlich, vor allen Dingen bei uns unten im Süden, sehr, sehr gefährlich. Ich weiß, dass das für deutsche Verhältnisse sehr komisch klingt. So, ja, wieso? Es ist einfach so. Das lassen wir einfach mal so da stehen. Es war nicht möglich. Und vor allen Dingen jetzt zu der Zeit, als der Lockdown dann eben war, war sie drei Monate komplett isoliert. Sie war komplett alleine. Draußen ist keine Menschenseele, weder vorbeigelaufen noch vorbeigefahren. Da sind auch keine Geschäfte in der Nähe. Meine Mama hat keinen Führerschein und so weiter. Und deshalb ist es jetzt besser, dass sie sich was oben im Dorf einfach gesucht hat. Auch damit sie besser zum Friedhof kommt, damit sie besser einkaufen gehen kann und so weiter. Letztendlich war es eine sehr, 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 sehr schwere Entscheidung. Keiner hat sie dazu gezwungen. Aber es ist einfach vom Verstand her die bessere Entscheidung gewesen. Für mich war so das Schlimmste, den Schrank vor meinem Papa auszuräumen. Da habe ich auch wirklich ein paar Tage gebraucht, um mich dann dazu zu entscheiden, es dann zu machen. Also ich konnte das nicht direkt am ersten oder zweiten Tag machen, als ich angekommen bin. Und vor allen Dingen, ich bin ja auch eigentlich zum Jahrestag vor meinem Papa dahin geflogen. Und nicht, um meinem Umzug zu helfen. Das muss man auch noch dazu sagen. So, es ging alles total schnell. Plötzlich war ein Käufer da und dann mussten wir die Gunst der Stunde packen. Denn so wie hier in Deutschland ist es natürlich auch in Italien nicht so einfach, ein Haus zu verkaufen. So schnell vor allen Dingen. Und dann auch noch gleich zwei. Also deshalb hatten wir wenig Zeit. Die Nerven lagen blank. Und ja, ich bekomme schon wieder Gänsehaut. Also diese Messe, die Konzentration auf diese Messe, wofür ich ja eigentlich runtergeflogen bin, zum Jahrestag vor meinem Papa, war plötzlich eher Nebensache. Und das hat mich auch so unendlich traurig gemacht, dass wir einfach keine Zeit hatten, ja, so das Ganze eigentlich zu verstehen. Das ging einfach alles zu schnell. Vielleicht auf der einen Seite ganz gut, dass man nicht nochmal darüber nachgedacht hat, was genau vor einem Jahr passiert ist, wie es genau war. Weil es war das Schlimmste. Das wünsche ich überhaupt niemandem auf dieser ganzen Welt. Es war einfach nur schrecklich. Ja. Und jetzt auch mit dem Liam wieder dabei. Also der arme kleine Schatz, ne, der ist immer mit dabei. Und Gott sei Dank versteht er das nicht. Er lacht immer. Er ist so fröhlich. Und alle lieben ihn in Italien. Die sind alle fasziniert von ihm. Und er war so unser Sonnenschein den ganzen Tag über. Aber es war so schlimm. Vor allen Dingen, als ich das letzte Mal durch dieses Tor, durch unser Eingangstor, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, gegangen bin. Das war ganz traurig. Vor allen Dingen, als ich das meinen Jungs dann auch gesagt habe und sie dann verstanden haben, dass wir da unten dann im Haus von Opa und Oma keinen Urlaub mehr machen werden, waren sie schon sehr verwundert und auch traurig. Doch, das muss ich schon sagen. Aber so ist es. Man muss dann das Beste aus der Situation machen. Und wir werden natürlich Oma besuchen und Urlaub machen. Und bevor jetzt wieder ganz viele, ganz schlaue Kommentare kommen von wegen, ja, die Mama soll halt nach Deutschland kommen, soll halt bei euch wohnen. So einfach ist das nicht. Man setzt Wurzeln von einem Menschen nicht einfach um. Meine Mama wohnt jetzt seit vielen, vielen Jahren da und Papa ist da beerdigt und deshalb ist es schwierig. Natürlich wird sie hierher kommen, für zwei bis drei Monate mal, für eine Woche oder ein halbes Jahr, aber sie kann definitiv nicht hierher ziehen. Es geht leider nicht, weil sie es einfach auch nicht möchte. Und das muss man natürlich auch akzeptieren. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Es war für mich sehr anstrengend, körperlich wie psychisch und physisch natürlich. Also, ja, körperlich, habe ich ja schon gesagt. Ich bin jetzt auch ein bisschen durcheinander, weil mich hier gerade die Sonne total blendet und ich nicht weiß, wie ich die Kamera halten soll. Ja, ganz alleine mit dem Liam, drei Koffer, Kinderwagen, Taschen. Ich sah wieder aus wie so ein bepackter Esel, aber das macht mir alles überhaupt gar keine Angst. Ich habe jetzt auch keine Angst mehr vorm Fliegen, ganz ehrlich, hatte ja die absolute Flugangst. Aber jetzt, ja, ist es halt so, mir bleibt nichts anderes übrig und dann geht es einfach los. Der Max hat mich wieder zum Flughafen gefahren und Kinderwagen wurde wieder kaputt gemacht. Ja, das sind so Sachen, by the way und in Neapel, oh my God, also die sind sowas von unorganisiert an diesem Flughafen. Wirklich, ich bin angekommen und habe wieder so gedacht, okay, willkommen im Süden. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber, also klingt negativ, ich weiß, aber da sieht es aus, die ganzen Koffer, da weiß keiner, was der andere macht. Und ja, das ist so traurig, das ist so schade, weil das Land so viel bietet und so schön ist und diese Kultur und ja, das Kulinarische, das Meer, die Berge. Aber an ganz vielen Stellen denke ich mir einfach nur, oh my God, auch wenn wir Termine hatten, wir hatten zum Beispiel einen Termin mit dem Architekten, weil die Mama sich ein Haus anschauen wollte. Wir hatten den Termin um elf, wir waren um zehn vor elf da, zusammen mit dem Liam. Es waren 35 Grad, wirklich. Und man kam da Architekt um viertel vor zwölf und ich mit einem kleinen Kind da in der Hitze. Wir sind natürlich in Schatten, logischerweise. Aber es ist einfach ärgerlich, weil wir in der Zeit können, also Kartons packen können und so. Oh, das hat mich so geärgert, wirklich. Und das ist nicht das einzige Beispiel und auch nicht das letzte. Und es ist, ja, auch wenn man einen Termin bei der Bank hat oder bei der Post und es ist auch alles so anstrengend. Ja, die Nerven lagen echt blank. Ich war richtig sauer. Also ich bin morgens schon mit so einem Hals aufgestanden, irgendwie gefühlt. Und was mich gerettet hat, war einfach diese, dann schön rausgeguckt auf diesen wunderschönen Garten, den mein Vater so geliebt hat. Der hat ihn so geliebt. Ja, naja, gut. Die neuen Besitzer habe ich kennengelernt. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, die sind nett. Die können auch nichts dafür, ne? Die haben halt das Schnäppchen ihres Lebens gemacht. Ja, und ich habe tatsächlich ein paar Hemden von meinem Papa mitgenommen, weil mir ganz, ganz viele auf Insta geschrieben haben, dass es da die Möglichkeit gibt, zum Beispiel ein Kissen draus zu nähen. Fand ich total schön, die Idee. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das meine ich eben auch, dass ich das so liebe, diesen Austausch. Auf die Idee wäre ich zum Beispiel nie gekommen. Und deshalb habe ich jetzt für jedes Kind von mir ein Hemd von meinem Papa mitgenommen. Und ja, lass daraus was nähen. Aber die Hemden sind tatsächlich noch im Koffer. Ja. Weil ich schaffe es einfach nicht, die rauszunehmen. Nein. Also das hat mir am meisten wehgetan, wirklich. Diesen Schrank leer zu räumen. Das kann man gar nicht beschreiben, wirklich. Ja. Da hat aber auch jeder eine andere Einstellung, ne? Mein Cousin hat auch gesagt, ja gut, was willst du jetzt noch mit den Sachen? Also der ist jetzt nicht herzlos oder so. Aber ich meine, auf der einen Seite hat er recht. Aber das ist halt, wenn es einen selbst betrifft, sind halt die Sachen von meinem Papa. Ja. Okay. Ich habe jetzt wahrscheinlich versucht, zwischendurch immer ein bisschen was einzublenden. Also ich hoffe, dass ich das geschafft habe, weil ich das mit dem Handy gefilmt habe. Wie gesagt, die Kamera war zwar mit dabei, aber ich habe sie nicht angemacht. Dazu war gar keine Zeit. Gar kein Nerv. Und ja, naja. Das ist jetzt so der Stand der Dinge. Seid ihr wieder upgedatet von mir. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Das ist das Allerwichtigste. Macht euch nichts aus Kleinigkeiten, die euch vielleicht ärgern. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber ja, denkt einfach mal so ganz kurz an mich und denkt euch, ja, das ist viel schlimmer, wenn man geliebten Menschen einfach verliert. Und vor allen Dingen auf so eine Art und Weise. Ja. Okay. Also, ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.